Fokus Brustbildung soll Brustbilderinnen und Brustbilder zusammenbringen, in Austausch, gemeinsam einen Lernprozess antriggern und vor allem einfach aus der Erfahrung heraus lernen. Erfahrungslernen ist etwas extrem Spannendes und Wichtiges und das hat es mit Fokus Brustbildung wirklich. Das war das Ziel, dass wir das wirklich schaffen. Das war das grosse Thema. Ich denke, es hat jeder, der teilgenommen hat, das, was für sich wirklich relevant ist, mitnehmen können. Wir hatten so ein breites Angebot an Workshops. Du hast auswählen, wo du überhaupt teilnimmst und dadurch auch dein Programm zusammenstellen, was für deine Situation in deinem Lehrbetrieb relevant ist. Auch die Input-Referate haben alle abgeholt, wie es für jeden relevant ist, bei dieser Berufsbildung gearbeitet hat und ich hoffe es, dass viele sich eigentlich durch das bestärkt gefühlt haben, was sie machen, aber vielleicht auch neue Inputs haben können holen, was sie auch noch optimieren können. Wieso, dass ich mich heute eingeschrieben habe, ist einerseits einmal die Leute wieder persönlich zu sehen, zu austauschen dort das Netzwerk, das man dort im Gesamten eigentlich drin hat und natürlich auch die Themen, die im Workshop angeboten sind, konnte man auch speziell auslesen oder wählen, dass man dort auch mal ein bisschen wieder Inputs oder eben ein bisschen über den Tellerrand aus sieht. Das Ziel hier ist, dass ganz ein Haufen verschiedene Menschen aus der Berufsbildung hier zusammenkommen und sich gegenseitig mit Ideen und Erfahrungen austauschen, sodass der Austausch dann einen gegenseitig befruchtet und inspiriert, dass sie wieder zurückgehen können und das Beste machen in ihrem Alltag als Berufsbildner. Hau, 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 hau.